Freunde, kannst du mit dem Fuhren, Boss, kannst du mit meinen Freunden, SSIO gibt offene Zahlen von seinem Ortmann CBD, wie viel er verkauft hat, er hat einfach 20.000 Dinger davon verkauft, SSIO meine Respekt an dich, aber ich glaube du warst auch der erste mit diesem CBD, natürlich der erste wäre, zuerst kommt der Mann auch zuerst, ist keine Frage Mann, es war auf jeden Fall besser als der x-te Shisha Tabak oder der x-te Eistee auf dem Markt, wir brauchen auch mal wirklich neue Ideen, okay, in dem Satz bist du Vorreiter. Aber du musst auch andere Ideen haben, keine Ahnung, wenn Grasligisiert wird, deine erste Grasorte oder andere Sachen, verdammt nochmal, oder keine Ahnung, eine eigene E-Cigarette, wo Nutze draufsteht oder so, das würde ich auch feiern, nur keine Ahnung, Kondome mit Nutze oder so, irgendwas anderes. Was du auf deinen Markenzeichen, äh, darauf hinweist, das würde ich übelst feiern, verdammt nochmal, also überlegst dir, oder frag mal Rata, weil es in die Wege leiten kann, okay meine Freunde, ist fast wie du schon nur ein Buss, aber den gleichen, ich vergiss meine Freunde, bis zum nächsten Mal meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.